Es ist da viel Spannung drauf. Ich sage immer, lass den mal so hängen, wie so tote Spaghetti. So Spaghetti, die du zu lange gekocht hast. Der Oberarm, der hängt ganz locker. Du kannst dir vorstellen, wenn ich jetzt das Pferd bin, mein Hinterbein geht nach hinten weg, weil ich nicht treibe. Wo geht der Hals hin? Immer weiter runter. Und wenn man dann festhält, dann stützt das Pferd sich immer weiter und läuft durch. Gut. Durchtreiben, da treibst du, sehr schön. Sie möchte das Köpfchen ja richtig runternehmen und dann nicht erschrecken und denken, hoch, wo ist der Kopf, sondern du treibst immer schön weiter.